Ich wirklich? Oh, ich bin geschmeichelt. Dann werden wir mal schauen. Ich habe jetzt gar nicht so drauf geachtet, letzte Runde, inwiefern wir noch im gleichen Team sind oder so. Aber egal, wir schauen einfach mal. Wir spielen auf der Insel. Bin ich mal gespannt. Wir waren ja das letzte Mal in der Stadt. Wer hiermit sein Geld verdienen will, gewöhnt sich lieber an den Gedanken zu sterben. So, es geht. Oh, alle bleiben hier an dem Stein hängen. Auch gut. So. Das Nies ist natürlich immer so ein bisschen, dass ich die ganzen Maps noch nicht so kenne. Was soll ich mal sagen? Komm, wir gehen weiter hier näher hin. Was klappt der? Ah, er nimmt nicht den Schatz. Was haben wir hier gehabt? Okay, nichts Besonderes. So, ich werfe mal hier eine Granate rein. Oh. Boom! Boom! Habt ihr das gesehen? Alle drei. Sehr nice. Richtig schön. Okay, der Haschklau. Hey, ich habe geholfen. Hey, ich habe geholfen. Ich glaube, der war AFK. Und Lemur. Ah, er wäre entdeck. Ist natürlich ein bisschen blöd. Drei haben wir gesehen. Einer ist wohl nicht mit dabei. Holt sich gerade eine runter oder so. Die Frage ist natürlich, wo sind die anderen? Ich höre sie. Oder waren es meine? Ja, voll reingedingst. So, was haben wir hier? Achso, das ist immer mit dem Geschäft hier gemeint. Wie wir zusammenlaufen. Wie wir hier voll in der Gruppe laufen. Warte, gerade. Irgendwo einer? Nö. Oder? Keine Ahnung. Sind gerade schön hier im Team unterwegs. Gefällt mir eigentlich gerade ganz gut. Dass es so super funktioniert. Mit der AK ein bisschen. Abwohl, geht eigentlich. So. Headshot. Zehn Dollar extra. Hier unten war doch einer. Oh, viel zu. Die anderen laufen hier unten rum. Genau. Geh auf mich. Ich stehe auch so mittendrin. Aber egal. Ist schon mal blöd, dass sie so down gehen. Und dann kriege ich eigentlich nicht mal den Kill. Weil andere hinrennen und den fertig machen. Oh. Ah, verdammt. Down gegangen. Das war meiner. Oder halt Vorlage habe ich. Hat sie wohl bekommen. So, auch down. Meiner. Oh, ja. Aber ich habe den finalen Schuss gegeben. 11 zu 1 ist natürlich ein bisschen blöd. Bisschen unfair ausgeglichen. Aber ich glaube, halt einer spielt gar nicht richtig mit. Deshalb gehen wir mal hier ein bisschen auf Schatzsuche. Äh. Okay. 2 gegen 1. Oh, Momentchen. Ja, ich helf. Ich helf dir, meine Schatzilein. Alles wieder okay. So, ganz gut, weil es gibt ja natürlich auch Herausforderungen, die wir sagen zum Beispiel auch, ähm, ich muss einen, ne, drei Leuten sogar hochhelfen. Letzte Runde haben mir jemandem hochgeholfen. Jetzt einmal. Das heißt, wir müssen noch einmal. Guck mal, jetzt kommen sie alle auf einmal. Ah, verdammt. Ich hätte lieber hinter dir schauen sollen. Aber hier sind gerade auch alle. Also, die sind auch ein bisschen im Team gerade unterwegs. Also, auch ganz schön. So, sie versuchen natürlich auch aufzuholen. Aber ob das natürlich was wird, ist die Frage. Eigentlich sollten wir sie vorrennen lassen. Und dann, ähm, schauen. Dass wir hier, äh, ein bisschen den Leuten hochhelfen. Aber der eine rennt ja voll rein. Hallo? Haha. Im Nahkampf, Kollege. Das ist meine Vorlage, oder? So, ja, schon mal ein bisschen regenerieren auch. Oh, der ist clip-down. Oh, da kommt einer. Falsch in Deckung gegangen. Was natürlich mir ist, wir sind ja zu dritt eigentlich. So, wo ist sie? Autsch. Rumgeballer. Okay, ich treff's dir gar nicht. Komm. Ah, fuck. Nein. Gegen zwei. Aber ich hab noch einen down bekommen. Wird jetzt noch hochgeholfen, aber... Naja, schade. So, was soll ich nehmen? Komm, ich schalte das einfach mal frei. Müssen wir es ja nicht unbedingt einsetzen. Ah, guck mal jetzt hier. Hat's mir ja kurz angezeigt. Oh, ich schade noch auch dran. Es wird angezeigt. Vergeltung. Und nochmal was. Ah, ich wollte in Deckung gehen. Da war keine Mauer. Auch gut. So, einmal hier rüber. Oh, da sind zwei. So, aktiviert. Ja, da. Zack, 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 zack. Die wissen es gar nicht, dass hinter denen grad Eldorado steht. Ach so, zeigt es auf der Map vielleicht nur. Das könnte ja natürlich sein. So, wir gehen mal hier rüber. Ah, da läuft jemand. Okay, andere Richtung. Wir sammeln kurz ein. Schon schön drauf geballert. Alter! Okay, ich glaub, meine Granate hat was getroffen. Aber der hat mir mal Kittenwaffe rein. Obwohl ich in Deckung war. So, was steht denn hier? Oh nein, das geht's grad weg. Einen Moment. So, hier steht. Bestehrt Eldorado drauf. In der Nähe aufspürt und ihnen schadet. Ah, okay. Das eine war dann mit der, auf der Map das Rumgeleuchte und so. Das war, glaub, was anderes. So, hier mal ein bisschen aufpassen. Wir laufen alleine rum. Ah, grad jemand am Boden, aber. Kann ich jetzt nicht viel helfen. Alter, da oben den Schatz. So, okay. Ja, am Boden, das wird nicht reichen. Obwohl, doch. Wird sogar geholfen. Ah, verdammt. Natürlich nur auf einen gekommen. Hilfe! Kommt, jetzt sind da so viele. Oh, dankeschön. Oh, Achtung, Achtung. Wer eine geht down? Granate wär gut. So, alles klärchen. Jetzt war die Granate fertig. Alter, was war das? Ähm, ich würde gerne... Oh, da kommen sie. Wo ist sie hin? Oh! Mal wegrollen. Ich wollte eigentlich von dem Schatz hin. Ach, hier, komm mal rum. Alter, mega die Nebelgranate. Richtig dicht, der Nebel. Ey, da sieht man ja gar nix. Aber 33 zu 7 ist halt schon ein bisschen... Ja, schade eigentlich. Ah, fuck. Moment, da kommen sie. So, Granate irgendwo rein. Ja, nix getroffen. So, sogar noch hier hochgeholfen. Alter, da war irgendwas. Alter, ich geh in Deckung gleich tot. Komm, Sally, mach sie fertig. Einer, wo mir hilft vielleicht. Jo, hier einmal. So, dann können wir ja gleich... So, und dann... Kann ich dem hier unten ein bisschen helfen. Einen Moment. Wow, du siehst schrecklich aus. Und dann kriege ich meine Herausforderung. So, wurde es nirgends angezeigt, aber... Das hat sie, glaube ich, bekommen. So, nein! Nein! Fuck! Hilf mir! Dankeschön. Erstmal ein bisschen aus der Schussbahn-Alto von allen Seiten gerade. Guck mal, vor allem... Ich werde hier wiederbelebt. Oder mich macht man down. So, ah, krass. Hat es gezählt? 40-9, ja, klar. Das ist leider ein bisschen schade mit den Teams. Ja, 5 zu 7 sogar negativ, aber... Naja, wir haben eigentlich viel eingesammelt und so. Deshalb gar nicht mal so eine schlechte Runde. Leider ein bisschen langweilig. Hier einmal die FHL geholt. Hoffen wir, dass in der nächsten Runde dann einmal hier Ausrüstungseinsätze... ...dass hier ein bisschen von den Teams hier ein bisschen besser wird. So, komm! Jetzt hier einmal Rang Nummer 2. Medaillen. Ach, das gibt auch noch extra Erfahrungspunkte. Okay. So, 50 Relikien erhalten. Die kann man irgendwo einsetzen und dann... Ja, schauen wir... Im nächsten... Ah, ich hab... Ah, 3 Team wiederbelebt von 5. Ich hab gedacht, wir müssen 3 insgesamt machen. Ja, dann halt, nochmal 2. Im nächsten Part dann wieder schauen und reingehauen. März Anyway, ich hab hier noch mal gezeigt...